angeht am start und herzlich willkommen zu wieder hier auf diesem kanal und eigentlich muss ich euch sagen mein bruder kommt heute let's go let's go let's class let's go und heute machen wir die endgültige teilvorbereitung und ich werde alles alleine machen und ich kriege eh volle prozent mehr ich war es ich mein freund macht 50 50 und wenn ihr sehen wollt wie ich und mein freund den kalt prikot heißt machen dann lass gerne ein like oder ein abo da damit euch sowas nicht passiert so 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 klar dass du da noch nicht abonniert aber kannst genüsslich mein video gucken und kannst du die alle du kannst du kannst eh eben nur abonniere ich habe mich nicht nur könnte ich die kurven nur abonniere die gar nicht nur abonniere und diese klopke aktiviert was freutliche bauten schlechten aber links abonniere bettet bitte bitte will ich auch wieder kräftet ok das leider dann bleibt es nicht mehr das ist nicht die stelle lieber das vergiss mir schnell die bauten gucken kurz vor dem Video was ich hochgepostet ich bin nahe ich will nicht auf meinem Google Konto geht der Online-Code wie keine Aufrufe die Klage wie viele Abonnenten hab ich wie viele Abonnenten hab ich sag zeig doch hast Angst ne heute machen wir die vorbereitung ich sehe nicht meine abonnenten weil ich bestimmt kein habe ich habe sie ich habe mein wie ihr gesehen habt ich habe also nicht gesehen aber gehört habe ich habe meinen youtube-kanal in whatsapp reingemacht also mein status damit jeder sehen kann und jetzt jetzt gleich keiner digga die bringe ich zum ausrasten der gast raste gleich aus so jetzt machen wir annäherungsfahrzeug und danach die drei sachen und danach bin ich fertig und danach gehe ich drehen und das nennt sich das hier und nicht das hier wo ich immer reingehen nein nein spaß das haram haram so vergessen wir jetzt alles vergessen wir alles und jetzt ja digga ich muss die schnell reise tun ja egal muss ich eh nicht kann ich eh dort wohnen wie gestern gesehen ich mache doch die schnelle reise ich kann immer wenn ich normal sitze geht ja immer nach unten digga kann man mit derola der sieg der gibt den den die prähigkeiten der bettet 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 der japan sarschie her so unnötig ich glaube so hat man mich aber jetzt auch besser oder auf dem oder ich glaube jetzt er hat mich leise ist aber könnte besser werden und ein bisschen lauter und so besser werden und besser werden genauso genau so um Prozent um um durch die Kürze in einem Freund mit einem Prozess weil sie von freuen der Bruder von der Freude der Bruder hat so, 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 hab den eingeladen Hallo? Ist der aufgesteht? Immer noch nicht? Sag ihn jetzt sofort, er soll seinen knackigen Arsch hochbewegen und mit mir jetzt keine machen Ja Ach so, nein, ich hab zu dir gesagt, wenn ich fertig bin, ach so, okay, nein, alles gut Das war jetzt so crunch, Digga, ich bin so dumm Und so weck ich immer meinen Freund drauf, aber nicht immer Digga, das ist voll letzter Tag bis zur Schule und der schuld immer noch, um sein Dammelt, den Dicker hat es besser geklappt Das soll er halt nicht, äh, wie, kein Wacher, aber wenn... wenn... Nein, 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 nein Nein, 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 egal scheins, was wir machen, wir machen dann schon einfach weil das nicht weder, mach mir einfach alleine fertig Oh, oh. Betritt das U-Boot und findet die Sonnase da und ich weiß, wo er immer ist, weil ich der GTA-Profi melden. Guck ihr die, jetzt müsst ihr aufpassen und lernen. Guck ihr, die die Wache, und jetzt die Säure, die haben mir nicht nur einen Hint gegeben. Und jetzt muss ich gucken, dass die da so nah am Neues ist, aber er ist nicht da, ja, der durchwandelt und, okay, das war jetzt cringe, aber manchmal ist er da, manchmal ist er da, aber wenn ich, wenn ich ein Video aufnehme, dann ist er einfach da, wirklich, wirklich, weißt du, ich geh dir ab, ich töte die alle, die auf sind, danach, geh ich guck. Das war's, das war's, das war's. ich habe schon geklappt hier ist der so rasend und wenn ich jetzt noch einmal da reingeht dann bin ich tot und deswegen gehe ich auch rein ich habe doch gesagt der ist hier oben da habe ich doch gesagt der die frage hat selber recht heißt das hier? man hier bin ich aber komm nein 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 Mann Digga zieht sie doch ab Digga warum hat der aber genau auf E gezielt Digga du hast alles von vorne Digga ich habe gar keinen Bock und dann muss ich mein Freund bei Caio Perico Vorbereitung helfen aber wenn er hat 8 Minuten Mann wir machen jetzt einfach ganze Vorbereitung in allen Videos Digga und nein 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 das ist das kommt das nicht so gut an da kommt das nicht so gut an Michael ich bin nicht äh 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 ich habe einfach ein Atemgerät okay besser äh besser besser als kein Zuhause ne besser als kein Zuhause ich sage 4.000 Mal besser und wenn man wenn ich mal das Gerät finde werde und dann werde ich zu auch es ist nur ein Spiel ja es ist nur ein Spiel das ist nur ein Spiel wenn ich jetzt getötet werde habe ich keinen Brauch mehr und das ist nur ein Spiel 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 nur ein die diese verbandkasten ja dankeschön ich habe ich den Sonnensender endlich seit 10 Minuten ja 10 Minuten und 30 Sekunden habe ich den der die Zollung mit meinem Kopf so kaputt und das macht man kommen so kaputt Montag ist mal meine letzte Zeit wo ich meine Sachen der Enten kann weniger wohl ich Monat habe ich eh keine Schule, aber Dienstag, Dienstag ist so kack aber Dienstag kann ich nur Sport, wo wir genau Sport haben und gar keinen Bock drauf ich weiß, Sport, aber wir machen Ping-Pong, genau wo ich scheiße bin da drin Fußball genau so, ich kann schon mal gerade auslaufen ich mache gleich eine Pause, wenn ich die Vorbereitung fertig habe, mach ich kurz eine Pause und danach das Video weiter, ok moving Ah um 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 the floor left to the window up to the door kiss me mommy kiss me daddy dadadadada ich warte einfach mit äh koppel Kajo und fertig ja hab ich bye bye ja 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 doch ja 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 Endlich, Digga, endlich. Ich werde in diesem Video noch eine Vorbereitung machen und das Rest mache ich in der anderen Folge. Das ist Folge 3, Folge 4, Folge 5, Folge 6. Folge 6 ist die Finale, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6, 6, 6. Nein, nein, YouTube, schau, 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 ich habe 6 gesagt mit 6. Also, es... 6, 6... Digga, ihr wisst doch selber 6, einfach 6. 6... Nein, 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 ich habe Schleitladung gemacht. Nein, really. Nein, 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 nein. Das Apostel ist in meinem Dachklug, bitte, bitte, nein, nein, nein. Ich habe aus Versehen Schleitladung gemacht. Wenn ich das jetzt vorbere... Wenn ich das jetzt gemacht habe, kann ich direkt schon Kajo abreißen. geschehen der Sportabend Prozent und an alle das kommt an meinen Tisch wenn ich ausraste, wenn ich ausraste, kann ich immer meinen Tisch da rauf, kann ich diese Klinge kaputt machen. Okay, da ist nichts, das ist halt der Tisch. Ja, okay, mein Tisch ist schon gesetzt. Ich hab Digger gezeigt, mit D. Na, Spaß, alles gut. Ich weiß gut, Digger, ich will mein Outfit wechseln, ich will einfach mein Outfit wechseln, Team Taucher. Hä? Mein Charakter, ey, Big Boss von Toilette, Digger, ist der, Big Boss von Toilette. Oberteil, Arena war, hab ich nicht, das hab ich auch nicht, das hab ich auch nicht, DJ? Oh, wie behaart der ist, Digger. Das find ich irgendwie besser. Und ich nehm keine Weste, sondern schwarz-blau. Das ist geil, Digger, jetzt zieh ich mehr Tyrone aus, Digger, jetzt zieh ich mehr Tyrone aus. Ich brauche das nächste Jahr, wir machen heute den Dunst der Oberfläche. Ich bin nämlich sicher, ob ich denke, wenn ich die ganze Vorbereitung mache, heute, aber morgen hat der Schule, glaube ich, glaube ich, glaube ich, glaube ich, bin ich. Grazie, 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 oh, ja, die schmecken, diese, alle, das schmeckt doch alles, Digger. Oh, nee, Digger, das schmeckt doch. Ja, okay, Digger. Okay, reicht jetzt, okay, reicht jetzt, okay, 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 okay. Up to the ceiling, down to the floor, left to the window, up to the door. Ja, okay, ich mache Plasmaschner, ja. Und das neue Stellwelt ist, eine Stellwelt von Bielefeld. Puh! Okay, dieses Video geht zu lange, aber ich werde das direkt in der nächste Folge machen und bis! Also, es hat keine Folgen, ich habe das einfach nur so geschrieben. Warte mal, wie viele Folgen gab es? Wie viele? Das ist der dritte, oder? Schreibt mal in die Kommentare. Das ist... 1, 2... Ja, das ist der dritte Teil und in den vierten und in den fünften werde ich noch eine letzte machen und danach gehen wir rein in den Raubüberfall. Also, wenn mein Freund online kommt, dann nicht, dann mache ich eine alleine run. Und... Peace! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Tschürich! Tschürich! Kommt! Ma in die Nummer! Ich war nie bag. ig!